Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute ein Makeover für meinen allerersten Sim, die diese gute Dame ist. Sie ist eine Person, die ich erstellt habe durch die Liebe Honigball, denn die hatte vor einiger Zeit, vor etwa einem Jahr oder so, hatte sie die Germany's Next Top Ugly Serie am Laufen. Und ich habe dort zum ersten Mal Sims gespielt, also Sims 4, und habe dort dann das Makeover ihr gegeben. Und ja, ich habe das Ganze ja nur mit der Testversion, mit denen, wo man zwei Tage lang spielen kann, also den 48 Stunden, damit habe ich das gemacht. Also ich hatte nur das Base Game zur Verfügung, um sie zu erstellen und dementsprechend, ja, ich hatte auch keine Ahnung, wie ich mit den Face Settings irgendwie klarkomme. Dementsprechend sieht sie auch echt nicht so gut aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Damals war ich eigentlich relativ stolz. Ich fand zwar damals, dass sie auch schon sehr komisch aussah, aber ich habe versucht, das Ganze irgendwie zu retten, was sehr schwer war, weil ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Eigentlich komme ich relativ gut zurecht mittlerweile mit Sims 4 und das Gesicht und so erstellen. Das war da aber erst rechtlich der Fall und dementsprechend habe ich wahrscheinlich noch mehr kaputt gemacht, als Honey kaputt gemacht hat bei dem schönen Sim. Aber ja, ich denke, ich habe sie mehr oder weniger ein bisschen gerettet und schöner gemacht als sie jetzt ist. Ich habe versucht, ihren Style und so weiter ein bisschen so zu lassen, wie er vorher war und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Mir gefällt sie ganz gut, denke ich. Also sie ist nicht das schönste Sim, den ich ihr erstellt habe, weil ich einfach nicht alles retten konnte, so wie ich wollte. Aber ja, muss man jetzt einfach mal damit leben. Jedenfalls ist das, äh, was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Aber ist auch, denke ich, relativ egal, denn das ist ja wieder nur ein Video, wo ich einfach drauf losreden kann, wo nicht sehr geschnitten wird. Yay! Aber wenn ihr wissen wollt, wieso das so ist, dann guckt euch doch mein letztes Bauvideo an. Da regele ich ein bisschen darüber, warum ich jetzt gerade schon wieder sowas mache beziehungsweise wieso das einfacher ist. Beziehungsweise so genau habe ich das gar nicht gesagt, wieso das einfacher ist. Aber, ähm, ja, es ist halt einfacher, weil ich bin gerade in der Klinik, in der Tagsklinik. Und es ist halt einfacher, wenn ich einfach vorher irgendwas an Gameplay aufnehmen kann und dann einfach drüber reden kann, als dass ich jetzt das Ganze live kommentiere und so weiter, weil ich dann halt viel mehr rausschneiden muss beziehungsweise möchte. Und das ist halt einfacher, weil ich jetzt einfach sagen kann, yo, ähm, ich nehme einfach irgendwas auf und sage dann, hey, ich möchte das gerne so und so haben. Äh, und wir schneiden das dann und reden einfach drüber. Das erspart mir nämlich sehr viel Zeit, weil ich möchte ja mein Wochenende, wenn dann auch, richtig nutzen. Und ich denke, das ist verständlich. Und, ähm, ja, ich wollte diesen Sim übrigens schon lange neu machen, weil ich sie immer mal wieder in meiner Galerie gesehen habe und mir dachte so, hm, sie könnten Make-Over vertragen. Und dementsprechend kam sie dann in meine, wie nennt man das, in meine, ähm, da, wo ich halt meine ganzen Ideen aufschreibe, was ich für Videos machen möchte. Ich dachte so, ja, ich kann sie euch ja dann einfach mal zeigen zum einen und zum anderen einfach, dass es dann so wird, äh, wie ich sie gerne damals schon gehabt hätte. Nur damals hatte ich zum Ersten keinen Custom-Content und zum anderen, äh, war ich ja sowieso noch nicht so gut mit den ganzen Facelidern und so weiter. Aber das hatten wir ja schon in diesem Video. Und, ja, ich hab ihr Kontaktlinsen gegeben. Das, was ich die ganze Zeit immer vergesse, wenn ich Sims erstelle, dass ich ihr Kontaktlinsen geben kann, beziehungsweise den Sims, womit sie teilweise sehr gruselig aussehen und teilweise einfach mega schön. Hm, ich denke, ich hab ganz schöne Physik gefunden. Und, ähm, ja. Im Vergleich zu, wenn man am Ende halt dann die Vergleichsbilder hat, dann sieht das ein bisschen gruselig aus, weil sie hat einfach andere Augen, so. Aber, ja. Ich denke, dass das ganz okay ist, so. Wie gesagt, mir gefällt sie halt sehr gut. Und ich denke, ich hab einfach das so hinbekommen, wie ich's einfach auch wollte. Ich bin da stolz auf mich. Und, yeah. Ich weiß gar nicht, was ich noch so zu erzählen habe. Eigentlich ist gar nichts so spannend. Gerade. Ähm. Ich werde wahrscheinlich mein Wochenende mit Mario Bros. Deluxe verbringen. Und, ja, weil das kommt nämlich an dem Tag, wo ich das aufnehme, also am 9.2. dann kommt das wahrscheinlich an. Und, äh, ja. Damit werde ich wahrscheinlich mein Wochenende verbringen. Das Video kommt zwar erst eine Woche später und das interessiert euch wahrscheinlich eh nicht, aber, was hab ich sonst zu erzählen? Haha. Ja, heute, also für mich heute, kam ja dann das Bildvideo, was ich schon in diesem Video hier angesprochen hab, wo ihr vielleicht mal reingucken könntet. Mir gefällt es nämlich sehr. Ja, ich weiß noch nicht, wie es auch bei euch angekommen ist oder irgendwas, weil es ist 12.53 Uhr und meine Videos kommen ja immer um 17 Uhr am Samstag. Dementsprechend ist das Ganze hier noch nicht passiert. Deswegen mag ich das auch eigentlich gar nicht so mit, ähm, so früh im Vorhinein aufnehmen. Eigentlich mag ich es lieber, wenn es halt nur so zwei, drei Tage oder so vorher ist. Maximal. Aber in dem Fall, was soll ich tun? Ich hatte jetzt nicht so, also ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, nachdem ich acht Stunden unterwegs bin, dass ich dann mir sage, yo, ich nehme jetzt noch ein Video auf, schneide das und lade das jetzt noch hoch. Deswegen, ich möchte mir auch einfach keinen Stress damit machen. Ich dachte, es wäre vielleicht einfach besser, wenn ich das jetzt einfach jetzt schon fertig mache, dass ich mich darum dann erstmal nicht mehr kümmern muss. Und es ist ja immer nicht gesagt, dass ich dann gar kein anderes Video in der Woche bringe. Ich meine, wenn ich Lust habe, dann werde ich es natürlich auch machen. Aber, ähm, meistens passt es bei mir zeitlich nicht so gut. Vor allem jetzt mit der Klinik und so weiter. Dementsprechend, denke ich, ist das schon ganz okay, so wie ich es gerade handhabe. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich würde auf jeden Fall gerne eure Meinung dazu wissen, wie ihr den schönen Sim findet. Ich bin, äh, wie gesagt, schon sehr zufrieden mit ihr. Sie hat halt sehr viele coole, auch neue Sachen, die ich runtergeladen habe an. Ich habe übrigens einen Tumblr, wo ich all meinen Custom-Content reblogge. Alles, was ich neu runterlade zumindest, weil das, was ich davor runtergeladen habe, das werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt alles wiederfinden. Jedoch reblogge ich alles, was ich an krassem Content so finde, was ich selbst in meinem Spiel habe, was ich halt neu runterlade und so weiter. Und, ja, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Der Blog heißt Muli Sims. Könnt ihr auch so danach suchen. Und, ja, ich habe schon einiges rebloggt, weil ich habe das jetzt schon seit ein paar Wochen. Und ich denke, man wird ein paar Sachen finden, die ich auch hier benutzt habe. Und, ja, da schaut ihr auf jeden Fall gerne mal vorbei. Wenn euch interessiert, was ich halt für Custom-Content benutze und so weiter, wo ihr den herbekommt. Und, ja. Ihr seht hier nochmal ein paar Vergleichsbilder und so weiter, wie die beiden jetzt sich, beziehungsweise es ist ja letztendlich eine Person, wie sie sich einfach verändert hat jetzt. Und, ja, wie gesagt, sagt mir eure Meinung zu ihr, wie sie geworden ist, ob sie vorher oder später schöner findet. Und, ja, also mir ist es ganz klar später. Es wird auch wahrscheinlich bei den meisten der Fall sein. Aber, ja, vielleicht sagen auch einige, nein, ich finde den normalen Base-Game-Style besser. Aber, ja, wie ich würde sagen, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. und bis dahin. Tschüss!